da ist mein Gott ein herzlich willkommen zurück um die wir haben er schätze es schmeckt nicht sehr gut alle und hälschen und jetzt bei gilt was zwei mit mir den Schausten Moritz die den Jonas Jo immer werde ich als letztes aufgefühlen der beste Prozent ja natürlich hier ist sicherlich sehen wo ich habe schweren Baus für dich Jonas alle neuen 39 und wir haben jetzt beschlossen dass wir die Hauptfest weitermachen ich habe das heißt das wäre ein wird schwer achte gleiche so ein und ihr Porta kommt jetzt alle dahin wer ist es denn unsere Gruppen scheiße hatte ich muss kurz Gruppe kommen auch vor der Hauptfest oder heißt unsere Gruppe der Gruppe ich wollte ich den Zimpeln ich mache noch was ich hab das gesagt immer noch mal ich hab das nicht gesehen bekommen das da ich hab's nicht bekommen weil ich die Gruppe besser war aber ich wollte mich ja mache ich ich will der Portensale ich konnte auch schon ich bin ich gehe dann kurz noch da zur Bank und an ich bin ich bin ich in der Bank weil ich gehe zu diesem da auch hat die Heidt in der Mann da wo man ja in der Aspen brauchen kann und so Ruf Bruch hat ja Stimmte der Bekannte auch wenn wir uns alle an Prozent das ist so groß ich sage kurz dass wir aufnommen sind okay ja so und ich habe einen Stab gebaut Jolt aus mir geht im Auto fähig Reder Leder ist ein Geburt auch hier ich werde jetzt mal schnell die Dauer einfach mal hier in den Begriffen und nicht der Europäer ist wo Prozent der März denn jetzt mal ja, Josch, egal nicht egal doch egal das nervt und der hört auch nicht auf Schuhe des Lehrlings können weg bitte schön danke oh, ich hasse Skype oh, fick ihn doch einfach ja, gilt was ganz ehrlich, ich gehe bei ihm in die Kompi nichts passiert ich gehe wieder zurück bei euch, Skype und ne, iTunes und Spiel wird leiser trololo ach so, das war Werbung, ne? ha, Apple weil ich Musik höre und der schtet ab warum hast du Musik? aber warte, ich kann nur was schicken ich hab das nicht gesagt, ihr habt mich darauf hingezwungen, ne? ja, ihr habt gesagt, warum hast du iTunes jetzt auf, weil ich Musik höre, also ah, jetzt die Lederraustation ja, das kann auch was für dich sein ja, aufgehört ja, ja, jö, das schießt wir mögen dich wir mögen dich so, Hauptpöster der Amst der Sitzel ja, Justin muss an ja, in dem na, ich nehme schnell an, damit Justin nicht kann das sind, wie sind die Sachen, die ich dir gerade geschickt habe cool, danke ah, ich bin schneller bum, boda bum um es ist schnell du Affe also es den scheiß Quest werden in den er es gibt angenommen Pekka du Nudel doch noch ja ihr Schwerken ich guck mich ich wurde auch geschrieben hier schreibt was ist denn mir was denn los ist denn es ist noch mal ich habe geschrieben wir nehmen auf Moral zu hohe Freunde das ist immer kompliziert mitzweiß ich falls ihr jetzt wissen wollt wer denn es ist guckt euch unser letztes Bild Fettelmann da ist er einmal drin warum hustest du meinen Namen ehrfürchtig nein gar nicht da ihr Affen hier ist er wo ist er denn hier hoch auf der Karte für die Karte ist er nicht eingezeichnet doch da ist dieser Kreis ach jetzt nicht den Kreis ja jetzt erst ach so darf ich raufballern das ist der grüne der grüne Ritter ok warte warte ich muss die Einstellung ich Text sprachen Nein! Ihr seid nachtig, aber trotzdem ein Monster. Ihr werdet Liebe nie verstehen. Liebe! Schweige denn verdienen! Gut gesagt, den Rest erledige ich. Berzelak, eure magische Rüstung wird euch nicht mehr helfen. Kämpft fair gegen mich, dann werden wir sehen, wer diesmal gewinnt. Gebeam! Was, ach so? Oh, wir müssen gegenkämpfen, ich stehe neben ihm. Was für der Fallhagel. Ach, ich habe schon den hier gemütlich. Ich auch. Das ist vergechillt als Bogenschütze. Oh, versperrt, von wegen versperrt, Alter. Und war jetzt so schön, war nochmal ein Fallhagel. Das ist so schön. Auch mal gut, genau. Uh, er ist tot. Ja. Das ist doof, ich will seine Rüstung bluten. Warum kann ich ihn nicht einfach ausziehen? Spass. Das ist geil. Guck mal, mein Vogel ist in den Boden eingesunken. Der steht hier, genau da... Jetzt ist er wieder rausgekommen. Darfst du? Ich hätte nie geglaubt, dass Berzilank besiegbar sei. Godzilla! Die Gerechtigkeit fühlt sich leer an ohne meinen Geliebten an seiner Seite. Oh, fuck, ich muss... Was soll ich jetzt nur tun? Allein zu trauen, verstärkt mich nicht. Scheiße. Garwin, die Morgenspirale ist ein gefährlicher Ort. Was? Ich habe den nicht verstanden. Der Grab ist jetzt sicher. Halt die Klappe. Kommt ihr nicht zurück in den Hain. Ihr könnt bei mir wohnen, solange ihr wollt. Ihr habt doch schon so viel für mich getan. Aber ja. Ich würde mich dort sicher fühlen. Und Ewart würde nicht wollen, dass ich einsam bin. Ich danke euch. Ich bin nur froh, dass dieser Irrsinn frei ist. Bei uns. Der Albtraumhof wird schon bald einen anderen Weg finden, den Traum in die Finsternis zu ziehen. Faulein liebt es, Verzweiflung heranzuziehen. Wir wohnen in einer WG. Als wüsstet ihr viel über den Albtraumhof und diese Großherzogin Faulein. Ich kannte sie früher mal. Aber jetzt... Egal. Ihr habt euch gut geschlagen. Genießt den Händen. Wie alle Siege wird auch dieser verblassen. Wie schade. Sagt Justin, vögelte Jonas. Aber das andere, der Drache noch nicht. es ist Zeit mit dem blassen Baum zu reden aber ich bin in dem Baum reden mit Behinderter Silvario oder was okay annehmen auch was ich habe aber trotzdem nicht bekommen müssen wir nur eine Abgabe festmachen aber ich habe mich raus genug gemacht gedeckt also du scheißt total bei Skype ab Moritz bei dir auch Justin dann ist ja alles okay ach so Justin neue Gutscheine von McDonalds Justin Justin können wir über eine ganz kurze Aufnahmepause machen ich muss kurz runter ja wir warten hier einfach und und kämpfen wir laufen müssen entgegen rum nein dann kommt ihr Level hoch nein machen wir nicht Anfang der WC ja das kann aber so eine Viertelstunde dauern wieso weil ich runter muss und auch der Mutter wir besorgen die Lüste es machen ja dann Prozent die WC schon mal jetzt auch noch was ist gleich okay und so lange weiter ist er verheiratet wird Prozent Verkauf kurz was. Ja, wir machen neben Kram. Den will sowieso keiner mitbekommen. Uh, ich hab einen richtig fetten Schild gefunden für dich. Du bist am Level 11. Ist egal. Nee, ich darf falsch, Stufe 6. Uh. Alles nehmen, antworten. Schilde. Rein damit. Bambhls-Bree, warte. Ja, ich weiß nicht, ob ich Fakir nehmen soll oder Schild, ey. Variieren. Kannst ja beides nehmen. Ja, ich hab eine... So eine fette Waffe, so Großschwert oder Hammer oder so. Und eine... Zwei-Hand-Wollte. Ach, weiß was du meinst. Jonas? Äh, Justin mein ich. das meinte ich mich auf coole schüsse spezialisieren also besser als mod sein oder auf jeden oder halt so um auf mein tier dass mein tier so viel mächtiger ist es das muss es kommt sowieso aus dem ende besser wenn als moose aber ich finde um echt zu sein kurzbogen geiler weil es so schnell schießt er auch mal einfach mit der mädchen ja kommt auch an wenn du richtig hätten beiden langbogen hast ja aber momentan bringt langbogen weniger aber guck mal dass das schnell schießt es bringt halt einfach eine ich glaube gar nicht von ihnen ach sobald jemand mann schwert und zweihandschwert bin ich hätte gern mal eins ich habe nun richtig krass ist gefunden was ich aber selbst nehmen das macht ihr glaubt dass sie da nicht ganz krass aufs noch im Besehenswürdigkeit müssen ja nicht jeden Pups hier zeigen interessiert da so es ist nur ein ich habe keine Filme bekommen Zerfleder des Tagebuch weiterlesen 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 das hat jetzt voll viel gebracht als jemand grüne Tiere sind da der Bescheid ne auch vorhin habe ich nun richtig geiles grünes Tier sehen das war natürlich so ein geiler Fluss Lindbom Junges aber ja da war ich kein Jäger ich bin ich bin ich bin jetzt wieder da jetzt wieder da dann würde ich gelesen die halb gut und vorgegeben drückt heute ist schon alle beziehen dass er sich als ist seitdem ich habe drei beiden ich habe einen Balken nicht machen ich habe einen also müssen los warum macht die Mission ohne nur eine sogenannte Schuppen den Bummen Junge die Tiere die man sehen können Rund oder sind alle das Bär die man sehen kann August und Bär ich mache ich nicht auf Tierherrschaft euch an Bär die Welt aber gar nicht da habe ich über den Weg gehabt vor dem Weg in der Welt nur sich nicht in den Chris Lieben wer ich habe meinen und Browser genannt Kauser wie die Schimpfte von Mario Silvester, das Zero Hä, bei mir ist ich nur Zero auf der Karte, Zero und Number Two Ah, da ist er bei dir genau ein Punkt Jetzt ist es vorbei Entschuldigung liebe Zuschauer, dass ich jetzt essen muss, aber die wollte ich die Aufnahme posieren Ey Moritz Moritz ist ein Zehnbarer Dschungelpirscher Ich habe ja schon ein Zehen Ich will rufe jetzt dich Du darfst die Rechte haben, da war übrigens noch ein Bär Ich setze ein Euro drauf, dass du kein Bär hast Hier eben genau das ist nämlich Er kann ja kein Bär mehr Oder auch kann ich Kannst du nicht Mit wem war das als ich dann das Doch habe ich Es gibt Bären, aber du hast dir kein Bär Vielleicht in dem anderen Da habe ich hier in der Umgehung die Zutaten Aber das unterstützt Pois ja Thank you so Crowe